Hallo und seid gegrüßt und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ein Video über meine Restbestände von Silvester vom letzten Jahr. Und zwar werden wir die Videos in zwei vollen Staffeln. Und zwar das erste Video über meine ganzen Batterien und andere Kleinzeuge. Der zweite Video besteht dann aus Raketen und Leuchtfeuerwerk und noch ein bisschen anderen Krimskram. Und zwar wollte ich ja die Woche bei Röderfeuerwerk was bestellen. So ein bisschen was an Batterien. Habe es dann aber sein gelassen, weil ich dann bei mir nochmal im Lager geguckt habe und nochmal geprüft habe, was haben wir noch da. Ja und wir haben richtig gehandelt. Wir haben noch ungenügend so viele Batterien und Raketen setzt, dass wir dieses Jahr so gut wie gar nichts bestellen brauchen. Außer bei Pyrolara habe ich noch mal eine Kleinigkeit bestellt und zwar ein paar Funke Neuheiten. Sobald ich neue Pakete habe von Pyrolara, gibt es dort noch mal ein kleines Unboxing Video. Da sind halt Kleinigkeiten drin im Wert von 100 Euro und zwar die Funke Neuheiten. Da sind wirklich Kleinigkeiten, aber das Video wird auf jeden Fall kommen. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Und zwar von der Firma Argento. Bei Argento Batterien sind alle Kaliber, Schussanzahl, NEM, die Brenndauer und die Effekthöhe immer gleich. So hier haben wir Amazoner Goldglitter-Schweif-Ausstieg zu Peonie in Violett und Grün mit gelben Blütensternen. Dann haben wir die Saphir. Blaue Leuchtspur. Aufstieg zu Corolla-Weide mit blauen Sternen. Als nächstes haben wir die Magma. Goldner Quäcker-Schweif-Ausstieg zu roten Blinksternen mit Goldquäckern. Und ihr könnt ja gerne mal in den Kommentar schreiben, ob ihr es schon für Silvester bestellt habt. Wenn ja, wo, wie viel und welche Artikel. Ihr müsst jetzt nicht jeden Artikel aufschreiben, sondern immer so ein bisschen. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Mephisto-Titangold-Schweif-Ausstieg zu Titalgold-Weide mit roten Blütensternen. So, dann haben wir Scarlet-Corolla-Schweif zu Corolla-Weide mit roten Blinksternen. So, dann die aus Drea. Schweif-Ausstieg und Bokehs aus roten und weißen Blinksternen. Das ist wirklich noch Masse-Sprattwege haben. Die Zirconia-Brokat-Schweif-Ausstieg zu Brokat-Krone mit weißen Blinksternen. Dann Blutschnee-Roter-Läuftspur-Ausstieg zu Silberquäcker-Broket mit blutroten Sternen. Dann Agadia. Blauer Leuchtspur-Ausstieg zu grünem Blinker-Bokeh mit Corolla-Stern zu blauen Verwandlungsspitzen. So, dann haben wir hier noch mal von Iskra-Line die Blitz-Roms. 16 Schuss Silbertel zu Titanium-Salut 80 Gramm NEM 16 Schuss 60 und Brenndauer 18 Millimeter Dann von Argento noch mal 35 Gramm NEM die Blue Thunder Kaliber 20 7 Schuss und 10 Sekunden Brenndauer und 25 Meter Effekthöhe davon zweimal alles noch vom letzten Jahr Dann hier die Cobra P1 die Blaso Ildio P1 Auch eine schöne Sache, sag ich mal. Dann haben wir hier ein paar Rülis von Funke 10 Schuss Römisches Licht und zwar in den Farben Rot-Grün Violett Gelb und Blau NEM 6 Gramm pro Römisches Licht Dann von Nico die 7 Shot grüner Feuertopf Effekt mit einer NEM von 28 Gramm Dann von Wilco die Metroiden 20 Stück mit Knister-Effekt F1 Jugendfeuerwerk Dann von hier noch mal Bad von Wilco und zwar die Eruption 16 Schuss 20 Sekunden Brenndauer circa 20 Meter Effekthöhe 14 Millimeter Kaliber die Multi-Feuertopf-Batterie Feuertöpfe mit Blinkstern im Grünen und Silber von Wilco und NEM glaube ich auch schon irgendwo gelesen ja 80 Gramm So, dann machen wir mal kurz weiter hier und zwar haben wir hier noch mal ein paar Schilder und zwar von Wilco die kubische Kanonschläge glaube bei Aldi für 3,99 3,99 15 Stück also kann man ruhig mal mitnehmen 68 Gramm auf 15 Stück davon haben wir zweimal ach guck mal hier hatte ich mir doch aufgeschrieben die Funke Neuheiten also bestellt hatte krumische Licht von Funke die Knister Teufel Kaliber B Brokat Regen Fontäne und die Bibi Raketen in Queckling Silberknister und Titan Salute lag hier in der Ecke ja das sind die Neuheiten die ich dann bei Pyro Lager dann abhole und dann kommt dort auf jeden Fall auch mal ein separatet Unboxing Video Funke Feuerfalke Feuerfugel Set 6 mal Feuerfalke Silberknister und Brokat und eine NEM von 60 Gramm dann machen wir mal weiter davon haben wir insgesamt 3 Stück und zwar von Nico die Stomi Lightning Effekt Effekt Dauer 20 Sekunden Effekt Höhe 30 Meter und Effekte sind hellsprühende Fontäne mit Multikolor Stern gefolgt von gleichzeitig im Duett aufsteigende Säulen aus Knatterstern und Gelb Grün Aqua blauen oder pinken Kometen davon haben wir 3 Stück hatte ich glaube bei Lidl geholt fragt mich jetzt nicht nach dem Preis das weiß ich leider überhaupt nicht mehr dann hier die Christan 19 Schuss 30 Sekunden Brenndauer 35 Meter Effekthür 20 Millimeter Kaliber von VEKO die Multi-Effekt-Batterie Kometenaufstieg in Rot in Rot gefolgt und von grünen und blauen Sternpokets kombiniert mit Pupping Stars und eine NEM von 133 wie gesagt schreibt mir unbedingt in den Kommentaren wo ihr bestellt habt was ihr bestellt habt wie viel ja schreibt mal ein paar Artikel in den Kommentaren würde mich auf jeden Fall brennend interessieren so die Atos von VEKO 10 Schuss 15 Sekunden Brenndauer 40 Meter Effekthöhe 18 Millimeter Kaliber brillante Feuerwerksbatterie Silberpokets mit roten und grünen Spitzen Popping Stars und Brokat Kronen so dann hier die Poison die Blitzschlagbatterie 16 Schuss 35 Sekunden Brenndauer 30 Meter Effekthöhe 19 Millimeter Kaliber von VEKO brillante Kometen in Multicalor und eine NEM von 100 ja 108 Gramm hier nochmal die Atos die haben wir noch zweimal und dann haben wir hier von Nico das Spot Team 12 Schuss Batteriefeuerwerk nacheinander mit silbernen oder blauen Leuchtkugeln aufsteigende Bombeten mit anschließender lautstarken Zerlegung zu grün blauen oder roten Effekt Bokehs um Rahmen von Blink oder Knasterstern eine NEM von 41 Gramm von Nico so so dann kommen wir zu 3 6 9 11 mal von Bloody Mary von VEKO da haben wir letztes Jahr eine ganze VE geholt 12 Schuss 25 Sekunden Brenndauer 40 Meter Effekthöhe 20 Millimeter Kaliber goldene Kometen mit herrlichen Verwandlungsstern Bokehs und eine NEM von 125 Gramm davon hatten wir eine ganze VE geholt davon 3 6 ja 11 Stück noch so jetzt kommen wir zu dem Premium Artikel hier und dann sind wir auch schon mit der zweiten Kiste durch ja und zwar die Knister Teufel von LONSTAR ich zeige euch schon mal gleich die NEM 111 Gramm davon haben wir alle 3 Sorten Feuertöpfe Blau Quecklink ich zeige euch auch gleich die Artikel Feuertöpfe Rotblinker Quecklink und Feuertöpfe Pink Quecklink dann zeige euch schon mal die einzelnen Artikel und zwar hier die Amethyst Absolute Guided Quecklink was da rauskommt dann den Rubin Quecklink mit Rotblinker auf jeden Fall eine richtige feine Sache und zwar dann noch hier Saphir absolut schöne Teile ja das wäre es eigentlich schon mit der zweiten Kiste dann sind wir damit erstmal durch und ja wie gesagt es wird noch eine separate zweite Video kommen mit sehr vielen Leuchtartikeln Raketen von glaube Komet Wego Funke da sind noch einige Sachen dabei Glauben ganz bisschen F3 ist noch dabei ganz wenig und ja seid auf jeden Fall gespannt ja und sobald ich das von Pyrolager abhole die neue Bestellung dann kommt nochmal ein kleines Unboxing Video aber wie gesagt Leute schreibt in den Kommentaren wo habt ihr bestellt was habt ihr bestellt einfach mal so ein ja schreibt da mal so ein paar Texte in den Kommentaren ja wie viel ihr ungefähr ausgibt für Silvester oder gar nichts ausgibt ja gibt ja auch solche Leute und ja bin ich auf jeden Fall mal gespannt ja dann bedanke ich mich schon mal für zuschauen und sehen uns auf jeden Fall in das andere Video wieder mit den ganzen Raketen und Leucht-Sortimenten haut rein und bis dann auf jeden Fall und bis dann noch im Vielen Dank.